Sofern ein unverschämt guter Arm, wo man dann überhaupt möglich ist, wenn man sich unsere globale Situation noch mal lüchtern anschaut. Ob es der Krieg ist, die Klimakrise oder die Inflation, es trägt uns momentan so viel Negativität täglich in unsere Richtung, dass man gar nicht so viel saufen kann, wie man sparen kann, oder? Es ist momentan einfach so ein grauslicher Zeitpunkt. Aber passen Sie auf! Die Inflation So why's your silver sign, oh I cry, what angels deserve to be? Well, I cry, what angels deserve to be? Es ist dein Leben, um Wasser auf den Wacken vor uns, Wacken vor uns, wo es geht. Sie müssen ihrem Leben ein Segen geben. Ein Schaaf, du hast dich! Ein Schaaf, du hast dich! Ein Schaaf, du hast dich!